Hier bekommt Kathi Spazi Lugner ihr Fett weg. Mit der sogenannten CoolSkypting-Methode lässt sich die Ex-Frau von Baulöwe Richard Lugner ihre Problemzonen wegfrieren. Das Fett wird angesaugt und auf minus 11 Grad gefroren. Nach 30 Minuten werden so angeblich die Fettzellen zerstört. Das Ergebnis sieht man allerdings erst nach 6 bis 8 Wochen. Die Fett weg Behandlung ist nur ein Teil von Kathis Beauty Offensive. Auch das Gesicht lässt sich die 27-Jährige per Vampirlifting verjüngen. Ihr Wunsch sich noch einmal für den Playboy ausziehen.